Achso, ihr seht das bei mir. Ja, das ist kein Thema. Das ist ja wurscht. Okay, ja, ich würde jetzt ungern rausthämmen. Naja, wollte ich gerade sagen. Lass lieber gut sein. Also, jeder muss seine Farbe wissen und dann können wir drüber quatschen, wie es geht. Also, grün ist jetzt dran. Wer ist grün? Das bin ich. Sehr schön. Also, links, rechts kannst du laufen. Und mit der rechten Maustaste kannst du das Waffenmenü öffnen. Könnte da jemand aufhören, mal zu laufen? Das bin ich. Genau, Leute, da müsst ihr halt jetzt fair sein einfach und nicht mit rein trollen. Jeder kann selber dann austesten. Wenn ihr zu weit springt, erleidet ihr Fallschaden und die Runde ist beendet. So, und jetzt kannst du nach... Mit W kannst du nach oben? Ich habe schon mal Worms gespielt. Ach, du kennst Worms. Alles klar. Sehr gut. Vor allem alten Teile, aber spielt sich gleich. Also, ich habe Worms 1 damals auf DOS gespielt. So alt bin ich nämlich schon. Ich habe es damals auf dem Sega Saturn gespielt. Okay, das ist ja gut. Dann auch nicht schlecht. Ja, wenn Team Gelb ist, weiß ich gar nicht. Wer ist das? Alles klar. Oh, der hat's ja richtig gut. Oh, der hat gerade mich bei sich. Hei, hei, hei. Ich kann nur über den einen Wurm bewegen, ne? Genau. Das war springen? Wer zwei sind die Zwecke? Ja, springen war Enter. Ja, genau. Dann dreh dich mal nach links und drück mal doppelt die Rücktaste. Also zweimal. Genau. Dann kommst du höher. Oh, da ist der Zipfi. Wer ist Zipfi? Bist du Schweizer? Das ist vom Käsespätzle, ja. Aha. Und der Klatscher. Okay. Oha. Oha. Kannst du mal das Handyleiser machen? Weil ich habe natürlich ein doppeltes Dealer hier, oder? Handyleiser. So. Mit W kannst du nach oben zielen. Mit der Shotgun kann man sogar zweimal schießen. Noch ein Stück höher. So, ja. Und mit der Leertaste kannst du feuern. Bei manchen Waffen reicht es, einmal kurz draufzudrücken, aber bei Waffen wie zum Beispiel Bazooka, Handgranaten und so weiter, da umso länger ihr draufbleibt, mit umso mehr Schub wird die Waffe abgefeuert. Also das ist auch relevant. Und wenn ihr Granaten habt und die Zeit bis zur Explosion einstellen wollt, das könnt ihr mit den Tasten 1 bis 5 machen. Okay. Und da sind jetzt zum Beispiel neue Waffen drinnen. In diesen Kisten. So, das ist der Schweizer. Fucking ernst. Jawohl. Was hast du für eine Stimme eingestellt bei dir? Äh, Spanisch. Oha. Das waren jetzt, äh, Zutaten für, du kannst nämlich auch Waffen fertigen. Das heißt, du kannst dir Waffen selber bauen. Wer ist hellblau? Tschüss. Und Schiff. Ja, so weit ins Wasser geht, ist man tot. Wer ist das? Wer ist hellblau von euch? Okay, blau bei der Chucks. Ach shit, ich bin, hoppla, ich bin gemutet. Warum bin ich gemutet? Keine Ahnung. Abgelehnt. So. So, es gibt hier auch, das ist eine Besonderheit von Worms WMD, du kannst hier in Fahrzeuge einsteigen. Da könntest du zum Beispiel mit E einsteigen, mit dem Hubschrauber rumfliegen. Aber empfehlenswert ist es natürlich erstmal so jetzt ein bisschen auszuprobieren, wenn man morgens noch nicht kennt. Wie kann ich, wie kann ich nochmal springen nochmal? Mit Enter. Einmal drücken. Ah ja, okay. Genau. Ach, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass er da hochkommt. Oh nein, super scharf auch noch. Das ist sehr gut. Du scharf, ey. So, und wie kann ich jetzt die Waffen nochmal auswählen? Rechts, genau. Was haben wir hier? Super scharf. Die sind halt sehr geil. Du kannst heute mal das scharf... Achso, warte mal. Welche Farbe hast du? Du warst türkis. Naja, gut. Na gut, du könntest... Was haben wir hier? Wurmschleck. Das ist ein Blau... Ne, okay, lassen wir das Thema. Das ist jetzt eine Handgranate, die nach kurzer Zeit explodiert und sich dann in viele kleine Splittergranaten aufteilt. Mhm. Boah. Okay. Ja, nice. Oh, Schaden 320 und Schuss. Ne, ne, das waren 30 und 20. Das waren zwei Würmer, die den Schaden erlitten haben. Ja, ne, ist klar. Da fliegt halt einfach mal so ein Panzer vom Himmel. Ja, kann man machen, oder? Direkt in Eros Hände. Oh, verdammt. Das ist Sven, oder? Nein, das bin ich. Ah, ist Pega. Der G-Dog. Das ist eine geile Stimme. Das ist eine geile Stimme. Und man kann sich halt dann im eigenen Profil, kannst du die ganzen Würmchen benennen, kannst dir eben deine Dekoration aussuchen, kannst dir deine Grabsteine aussuchen, die Stimme aussuchen. Also, es ist echt geil, wie du es dir individualisieren kannst. Also, wenn dir das auch öfter daddelt, dann hole ich es mir nachher. Also, ich möchte es gerne in Community-Satellite einbauen, weil es ein echt cooles Spiel ist und man kann es zu sechs spielen, das ist halt auch gut. Wie viel war es? Was meinst du? Na, Preis. Äh, ich glaube 5. 4,99 auf Gamiro. Oder ja, genau, irgend so was. 5 oder 6 Euro. Irgend so was zwischen mir. 5 Euro, ja. Schnäppchen. Ich finde es für das Spiel echt super. So, jetzt bin ich endlich mal dran. Alter, das erinnert echt an alte Zeiten, ey. Der arme Klatscher. Der Klatscher? Der Klatscher fliegt. Der Käseklatscher. Wie wollen wir es machen? Wollen wir es klein machen oder wollen wir es groß machen? Ach komm, Leute, wir machen das witzig. Ach, doch. Guten Abend, Paule. Paule, na, alles gut bei dir? Was geht? Komm, wir machen das mit einem Schaf. Und nochmal drücken und dann explodiert es. Das Schaf ist einfach geil. Hunderter Schaden. Wärst eh tot gewesen. Wenn das Schaf schon 100 macht, was macht dann das Superschaf? Ja, das Superschaf kann fliegen. Das heißt, du drückst einmal auf Leertaste, dann läuft es los. Oder es fliegt los. Und dann kannst du es mit WSDS steuern. und dann kannst du es explodieren lassen, wenn du nochmal auf Leertaste drückst. Jawohl. Dein Ernst, so ist jetzt nicht der Ernst auf dem Panzer. Mit E. Lieber das Bohrboot. Da hättest du den mal schön durchprägen können. Dein Ernst. Wie geil. Tja, blöd. Ja, da wäre das Bohrboot besser. Mit E kannst du wieder aussteigen. Ja, aber er will das schon. Wurde es gucken hier. Ah, okay, da ist Wasser. Links unten seht ihr übrigens die Zeit, wie lange ihr für den Zug noch Zeit habt. Und ganz, also, und unten drunter die Pfeile, das zeigt den Wind an. Wenn ihr zum Beispiel eine Rakete jetzt gerade nach oben schießen würdet, würde ich komplett nach links abdriften, weil die vom Wind her gesteuert ist. Nein, dein Ernst. Nein, dein Ernst. Danke. Du wolltest doch fliegen. Ja, ja. Aber ich habe meine Flügel vergessen. Paul, wie geht es dir? Alles gut bei dir? Was macht die Kunst? Herzlich willkommen zur Würmer-Saison. Bitte agenzie jetzt. Wer war das wirklich? Hi. Ja. Ah, du kannst dir die Kiste holen. Schau mal, ob du da rüberhüpfen kannst. Es ist halt so bitter, weißt du, da drüben steht einer. Jetzt reden wir links, genau. Mach rück kurz. Er stand vor einer Kiste. Und jetzt steht hier auch nochmal eine Kiste. Und ich komme mit dem einfach nicht zum Zug. Doch, nach links schauen. Und jetzt zweimal auf die Backspace-Taste. Also nicht ganz an die Kante. Ja, genau. Ja, genau, richtig. Sehr gut. Jetzt hast du ein Elektromat. Ich habe kurz eine Frage. Meine Musik wird nicht gestreamt, gell? Nein. Okay, gut. Aber das funktioniert besser, wie ich gedacht habe. Also das ist ja richtig cool. Moment, ich spiele gerade umgehe ich. Ich würde gerne wissen, wie viel Upload das gerade kostet, Schweizer. Ich habe noch geprüft, 20. Ich habe nur noch 12 Uploads. Boah, krass. Okay, ja gut. Dann ist kein Wunder, dass man das bei mir so runtergeschraubt hat. Ich habe nur 30 Uploads. So, das ist jetzt Rückenwind, das siehst du. Und da, wenn du jetzt die zwei treffen willst, würde ich vielleicht so eine Sekunde, nicht ganz eine Sekunde draufkleiden. So, ja, das ist zu viel. Oh nein, und jetzt kommt die Mine zu dir. Oh, 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 oh. Oh, tschüss. Geil. Das gibt gleich sogar eine Wiederholung. Das, was du auch schweig kriegst, oder? Oh, wie geil. Hier ist bitter, ja. Passiert. Ja, Paul, bei mir alles bestens. Es freut mich, dass du mit am Start bist. Was geht bei dir? Alles gut, wie war dein Wochenendstart? Wie war dein Wochenendstart? Da lacht er sich einen ab. Schweizer. Ja, bitte. Sei brav. Mach dir lieber meine Waffe. Du hast so viele Punkte. Er zeigt den Leuten mal, wie das funktioniert. Den wahren die ne Waffe gemacht. dann warte mal bevor, ja kannst du ja gleich machen warte kurz, geh mal ins Waffenmenü dann auf Fertigung und ihr seht jetzt unten er hat 15, 8, 2 und so weiter hat er an Fertigkeiten über eine Kiste aufgesammelt und dann könnt ihr hier unter Fertigung auswählen welche Waffen ihr fertigen könnt und da kannst du jetzt zum Beispiel eine heilige Granate mal machen Schweizer, zweite Reihe ganz hinten, da drückst du es einmal drauf und dann kannst du links in dem kleinen Menü auswählen die heilige Granate und in der nächsten Runde ist die dann verfügbar, die wird jetzt hergestellt für ihn, nice ja scheiße, du kannst ja auch noch eine Bananenbombe machen Meister das war ein bisschen lähm Schweizer, das war echt lähm boah ja voll gut, bei 6 Spielern sind natürlich die ganzen Würmer auch sehr sehr viel ja du kannst das auch mit bis zu 8 Würmern spielen, also 48 Würmer auf einer Karte kannst du machen, wenn du eine kleine Karte hast dann wird das spannend oder eine große Karte, da bist du eine Stunde beschäftigt ja, aber das ist geil macht echt Spaß ja die Zeit ist ja jetzt eh begrenzt, oder? ja jetzt sind wir auf 21 Minuten noch also auf 30 Minuten haben wir ja die Anfangszeit weil ich habe mit so vielen Leuten noch nie gespielt lass meinen Nöten in Ruhe da kannst du mal eine Dynamitstange ausprobieren was ist denn dieser Wurmschleck? ich habe keine Ahnung, probieren probieren doch sonst würde ich nicht an dir ich will mich ja nicht selbst killen ja, ich muss ja nicht mach ruhig, ich weiß nicht, der erste es ist kein Kamikaze, Kamikaze ist noch nicht freigeschaltet ich nehme mir einfach mal du hast gerade Musik hier geholt ah nice, gehört ich kenne den Baseballschläger sehr cool aber nicht so weit weg ich will noch ein bisschen leben ja, bis hinter kommst du eh nicht, glaube ich, oder? ich weiß nicht komm, bis der Einstein ganz schnell schmeißt oh! oh lol ok alter alter also das ist ja plupp und tschüss was war das jetzt so? ja Baseballschläger ah oh, ein Stein ein oder zwei Stein ne, ein Stein oha oh nein der kann jetzt mit der Leertasse auch schlagen oder sowas ist, gell? ja ok, das war oha der Garvin gut Glück gehabt hat der Glück gehabt boah schweig die Maschinen sind schon cool, ey ist echt cool, ja ist der jetzt in der Maschine drin sozusagen ja er ist drin ja kann ich mir auch was bauen ich habe mich schön in die Mitte reingestellt da müsste schon ein bisschen mehr Schaden machen ne, bis Beginn hmmmm ach so kleine Info key jetzt meine Info auch noch an euch ihr könnt die Würmer nachdem ihr geschossen habt noch für zwei oder drei Sekunden bewegen schau ich lauf jetzt da z.B. weg Jetzt machen wir das ja versinkt. Guck mal, das wäre versinkt. Frechheit. Aber noch ne Frechheit. Hat eine spritzige Zeit! Und Zipfi wird ganz... Was war das? Giftig? Ja, voll. Zipfi wird ganz feiltig. Was ey? Jetzt hast du das richtige Bowboot. damit kannst du dich reinbohren das kann ich weiß gar nicht wie weit genau das ist wahrscheinlich ja weiß ich gar nicht okay gut dass das jetzt nicht so auszudrücken gestern hatten wir schöne balls gemacht ja das stimmt da kannst du luftangriff kann man der situation ausmachen oder du kannst dich frei schießen oder ja oder so oder auskommen ich sehe hawking schon im todesreich da würde ich ein stück zurückgehen noch ein stück zurück noch das sonst hat sich mit so dann starten wir mal ein raffle zombold ist mit am start ein wunderschönen guten arm ist der zombold na was geht was geht gut gute nacht die musik dazu was heißt noch nicht einmal mit dem zum spielen das ist so traurig es ist einfach bitter 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 oh oh Sven hat gewonnen glück für uns aha ja glück für uns Sven ja was war bei mir noch vor ach nee oh nee zombold das tut mir leid zu hören shit na dann drücke ich die daumen dass es hier ganz bald wieder besser geht und alles wieder in ordnung kommt ganz viel liebe für dich meister auch bei mir die daumen gedrückt lieber zombold dass alles gut kommt bleibst du mir fern bleibst du mir fern oh also ich finde da wird sich ein scharf auch explizit eigenen da unten mhm und jetzt das auto da reinfahren du kannst an was das auto kann ich glaube da kommst du nicht hoch oder ne ach doch oh mein gott ok das ist ziemlich in ruhe mhm äh ja auch noch scharf scharf äh du musst äh genau wollte ich gerade sagen der taste dann oh hab ich schwein gehabt ne uuu einer geht bei ja der einstein liegt immer noch einsteinhärte sitzen uch das ist doch ein schönen der kann gleich explodieren weil er zu ähm zu beschädigt ist ja zu beschädigt ist genau ich kann dann nicht mal aussteigen weil ich dann nicht mal dran bin ja pinker ist mit am start wie das jetzt so schnell was ist das denn für ne gals achso das ist das mg ja ach du kannst bewegen ja ich kann es bewegen das hab ich zu spät mitgekriegt ah gut team garf die heißen irgendwie alle gleich oder garf garwin mhm g-dog g-dog boah er kriegt schon wieder ne kiste yes sir oh nein sooo was machen wir denn hier schönes ups auch mal fliegen ne ne das ist für Andi was ne das ist für Andi was und los blablabla warum war das? ich hab ja gestern rum was äh 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 in den Berg gesehen ah ui 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 das ist gut das ist im Tadelloven der Hubschrauber ist in einem Tadelloven Zustand ich hab immer auf mein Hinsatzwochen drauf ne ich hole mir die Kiste da ah keine einzige Zutate was soll denn das? ich halte das äh für sehr daneben naaa da wieder abgezogen hat das nicht ich weiß nicht ja es ist gut dass ich da äh 10.000er Paul ich glaub das schafft der Rechner nicht aber ich mach das mal für dich vertreten Schmede schau mal was du vorne reingeschossen hast in den in Anführungsstrichen Zipfel das sieht jetzt aus wie ein äh äh ein Pariser ergelльter ei 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 steigst du jetzt ins Auto ein ach ne doch nicht aufgass ok gute Nacht ah ne der kommt zur mir 39, bist du deppert. Ja. Deswegen gestern, die spontanen, alles klar, kein Thema. Absolut verständlich. Du, das geht immer vor, sowas. Sowas geht immer vor, ohne Zweifel. Da braucht man gar nicht drüber quatschen. Versteh ich vollkommen. Na, tut mir echt leid zu hören. Das ist ein Gelb, ja. Aber, Daumen sind gedrückt und immer positiv denken. Was, ich bin doch schon fast tot. Schau mal, nein, nein, Teamster. Achso, doch, das bin ich. Okay. Also ich finde, der Grüne, der ist ganz schlecht dran. Der ist noch ziemlich voll. Der Grüne, das Rote, das täuscht immer noch. Weil das, äh... Was ist dir ins Wasser geflogen? Äh, irgendwie, äh... Also, irgendeine Teile können auch ins Wasser fliegen. Och, ne, Fondue. Er probiert es schon wieder. Deine Waffe ist fertig, oder? Ne, die ist noch nicht fertig. Aber du könntest ja eine Bananenbombe mal bauen, bevor du das loslässt. Wo ist die Bananenbombe? Äh, weiter oben, zweite Reihe, fünfter Platz. Aha. Ah, okay, geht doch nicht. Hä, wieso... Achso, da hast du nicht genug Fertigkeit. Ja, guck's. Okay. Oh mein Gott, nein. Boah. Oh, fuck. Alter. Oh, aber fast. Ach, schade. Alter. Wir müssen zusammen, was wir können, während wir in der Saison. Hot. Der hat seinen scheiß Baseballschläger, ich sag's dir. Ja, das schlägt dich jetzt raus. Na, da kommt er, das kriegt er nicht hin. Rückwärtszeit wahrscheinlich. Ja, versuche ich gerade, aber springt nur einmal. Ne, zweimal auf die Rücktaste. Ja, ich weiß, aber... Komm nicht so hoch. ...wenn ich dann noch zusätzlich die Richtung drücke... Ne, musst du nicht. Rückwärtszeit reicht, wenn du zweimal drückst, dann springt er mal rückwärts. Nur wenn du zweimal auf die Enter-Taste drückst, dann kannst du vorwärts springen. Ich komm da nicht raus. Mitgegangen, mitgefangen, sag ich mal. Was? Ich bin da reingeschossen worden. Ja, ja, trotzdem. Mal hier, wenn du da bist. Aber du kannst ja mal den Einstein da aus deinem Roboter entfernen. Und dann? Ja, und dann ist er weg. Ja, dann bin ich raus aus der Runde. Was? Das ist dein letzter? Der hat nicht mehr viel und dann hat er nur nicht mehr viel. Ah ja. Oh? Wenn der weg ist, dann hab ich noch einen. Wie hast du denn den da reingekriegt, äh, rausgekriegt gerade? Steht betreten. Der Roboter. Ah, okay. Der ist zu stark beschädigt, deswegen. Nein! So, nach neun Sekunden. Fünf Sekunden noch. Ja. Scheiß drauf. Dein Ernst? Oh mein Gott. Selbstmord. Nein. Alter Kamikaze, du. Alter. Schwimmt wie Blei. Ja, wenn ich da jetzt schon rauskomme, rechtzeitig, dann, äh... Nehm ich dir alle mit. Ja, nicht schlecht. So, also wir müssen unbedingt auf den Grünen gehen, weil der ist mit Abstand weit vorne. Kann gar nicht sein. Okay. Oh lol. Der war grün, okay. Also ich glaube, da wollte jemand hüpfen, oder? Wenn das richtig ist. Ja. Okay. Oh, das ist bitter. Aber, war ein guter Selbstmord. Das war ein schöner Selbstmord. Übelst genial. Ja, der eine ist ja eh tot. Na super. Und der... Ey, das war auch mein letzter. Ja. Irgendwann müssen wir alle gehen, Pegger. Genau. Aha. Okay, das machen wir jetzt, das machen wir jetzt auf ganz entspannt. Machen wir das jetzt mal. Ich will den Schweizer ins Meer schießen, oder Garvin versägt. Oh, der Schrott fliegt ja. Dann kommt der Schweizer. Ne, ne. Das machen wir anders. Noch tanzte, ja. Oh. Der Schurflink, den kannst du nämlich zweimal schießen. Das will ich nur richtig treffen. Kommt zu mir. Ding. Oh, ich sehe ja, ich bin ja auch schon tot. Also fast. Was? Niemals. Doch. Ja, grün, blau und rot, die sind irgendwie hier. Also vor allem der grüne, der ist schlimm. Nein, Scheiße. Ich bin verschworen. Jawoll. Ah. Deswegen geht es noch so, was jetzt? Jubel. Boring. Aber wer macht denn auch Leertaste als Schüsstaste? Ja. Jetzt kann man da bestimmt auch den Controller dann steuern, oder? Du kannst es abändern, die Tastenkonfiguration, aber du hast halt einmal springen und einmal rückwärts springen und wenn das halt, wenn man sich das einmal eingestellt hat auf Enter und rück, dann geht das schon mit der Zeit. Ja. Du kannst auch einen Luftangriff übrigens machen, falls dir das einfacher fällt. Was auch mal ein Luftangriff ist. Äh, Luftangriff, da kannst du dann mit der Maus auswählen, da kommt dann von oben Raketen runtergeflogen. Wenn du das jetzt machst, bist du tot, gell? Ja. Ich wollte gerade sagen, ich würde das jetzt so nicht unbedingt ausprobieren. Oh. Äh. Weiter, ne? Ja. Ja. Was möchtest du machen? Ich habe sogar zwei Luftangriffe. Ich wollte den Luftangriff. Der ganz rechts, erste Zeit, die glaube ich war Luftangriff. Genau, ganz oben rechts. Ah, ne, das ist die Lenkrakete. Links vielleicht? Dein zweiter? Ne, warte mal, wo war denn der Luftangriff? Das ist ein leckerer Umschlag. Das müssen wir oben herausfinden, was es ist. Äh, geh mal unten, äh, über dem Schaf. Über dem Schaf. Naja, das ist die Bonkerbombe, aber die geht genauso, die kannst du auch verwenden. Und dann links daneben, das müsste ja normal für Luftangriff sein. Ja, genau richtig. Dann ist es noch nicht freigeschaltet. Dann erst nächste Runde, oder was? Aber du kannst die Bonkerbombe nehmen, die funktioniert genauso. 13 Sekunden noch, nur zur Info. Jetzt kannst du auswählen mit der Maus, wo der hinlanden soll. Ne, da landet er auf die, der kommt von oben. So. Also, vielleicht, ja, nimm einfach jemanden. Ja. Nein! Oh. Ne, kein Leertaste. Die, die Maus hast du. Oh. Oh, oh. Oh, Oh, the fuck. Alter. Das wäre was für ein Panzer gewesen. Hä, aber Schweizer, die ist doch bei uns gestern über Land explodiert. Oder? Wie? Die ist doch gestern bei uns über Land explodiert. Mhm. Oder muss man nicht mehr anzünden? Das weiß ich gar nicht in der Tat. Aha, Schweizer, die scheiß schon wieder. Mein Gott, so ein Feigling, jetzt versteckt er sich hinter der Wand. Da kommst du niemals hoch. Nee. Da musst du dich hinterher deportieren. Es gibt einen Teleporter, da könnt ihr euch frei auf die Map teleportieren. hab ich überlegt. Ohne Jetpack. Der Jetpack geht auch. Ja. Das dritte unten. Ja, über die Spitze. Jawohl. Boah. Die Panzer, mach mal den Panzer. Mach mal den Plotter, den 100er Arschloch. Alter. Jawohl, das wird Fall drauf auch. Ja, super. Wow. Das hat sich jetzt nicht so wirklich gelohnt. Hat schwach angefangen, dafür stark nachgelassen. Ich will jetzt wissen, was der leckere Wurmschleck ist. Bonka, ne Bonka-Boombe, genau. Richtig. Ist ja zu meinem Bonka mit in Berlin. Wer muss da für Leid? Wollte den ganzen Schriemen mit Herzen füllen für Zomberg. Ja, ich weiß schon, Paul, ich weiß schon. Das kannst du nur nicht. Das können nur die Mods. Gut, tschüss. Weil sonst wird die ganze an meinen Laptop abkachen, weil das einen Haufen Performance kostet. Ah. Jawohl. Was war das jetzt? Das Wurm-Dingens da? Oder was war das? Wurm-Schlecker. Wurm-Schlecker. Der ist ja cool, ey. Der ist ja genial. Äh. Wie kann ich das aussteigen? Achso. Boah, als hätte ich fast die falsche Taste gedrückt. Schade. Du kannst aber auch das Bohrboot besteigen. Ich könnte. Hey, auf mich zu besteigen. Ich könnte sein, aber... Was hast du da für... Du könntest die... Also wenn du das machst, steigst du nicht automatisch ein, sondern du nimmst ihn erst mal aus dem Bohrboot raus. Das habe ich auch vorhin gemacht bei dem, äh... Oh, ich habe eine Bananenbombe. Boah, jetzt hätte ich schon wieder fast auf die falsche Taste gedrückt. Okay, Leute. Na toll. Sehr schön. Er kommt drüber. Hey, ich bin tot. Okay, meine... Ach, scheiße. Wieso kann ich die nicht nehmen? Wahrscheinlich erst das nächste Mal oder so. Ja, kann sein. Ich probiere mir die Lenkrakete. Die habe ich noch nie genommen. Jawohl. Oh, tschüss. Oh, Leute. Oh, schade. Das war nicht sein Tod. Nee, aber trotzdem groß. Also, Luftangriffe, äh... Potenzial für euch habe ich mal freigelegt. Ach, scheiße. Wir hätten auf dem Schweizer gehen sollen. Der ist auf Platz 1. Uh, okay. Luftangriff auf Raclette. Ich bestelle mal einen. Nein. Nix da. Äh, mit Maustrot kann ich übrigens reinzoomen, gell? Wenn der Zoom zur Vertrieb ist. Thomas, einen wunderschönen guten Abend, mein Lieber. Wie geht's dir? Wassermarsch. Kommt sofort. Kommt sofort. Alles klar bei dir? Was gibt's Neues? Am besten landen und dann mit einer... mit einer ordentlichen... Guten Abend, Thomas. Kannst du an die Dynamitstange runterfallen lassen? Mir geht's gut, du dir. Danke, mir geht's auch bestens, mein Lieber. Bestens. Oh, 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 oh. Danke der Nachfrage. Oh, nein. Da fliegt der Käse. Was gibt's Neues, Thomas? 25 und weg. Boah. Oha. Oha. Ich banne Pega. Kein Bock mehr. Das war... Warte mal. Pega, du bist... Der Pega ist doch gar nicht grün. Das war doch Sven. Äh, nee, warte mal. Lord war das. Nee, nee, das ist Lord. Wer ist das grün? Richtig, du. Ich hab bloß Schweizer bisschen getriggert. Ach so, oh Gott. Okay, Lord, ich banne dich. Bei mir gibt's bad intentions. Das ist schon mal ein bisschen vortriggert für heute Abend. Oh, ich merk's. Ich hab schon keinen Bock mehr mit Deutschland im Hunger zu spielen. Ich hab schon jetzt keinen Bock mehr. Assassin's Creed 2. Alles klar, Thomas. Viel Spaß dir. Das ist mit dir auch. Arrivederci. Das ist optimal. Da war jetzt was dazwischen. Also du hattest jetzt da keine freie Sicht, deswegen... Nein, das ist in der Taste. Nicht springen. Ja. Du bist ungünstig gewählt. Schweizer, was machst du da? Scheiß Ernst. Was machst du da? Er besteigt... Er besteigt deinen Wurm. Er besteigt eher raus. Mal schauen, ob das... Dann machst du wenig... Nee, mach's dann wenigstens ordentlich mit der heiligen Granate. Komm schon. Nö. Ich bin ein Arschloch. Komm. Du bist echt... Du bist echt ein Arschloch. Über drei Ecken. Oh, das war schnitt. Okay. Ich sag's mal so. Rachel. Rachel. Team Grün wird gewinnen. Die ist doch nix zu entschieden. Oh, heilige Lande. Und sonst, Thomas? Was gibt's sonst Neues? Was gibt's sonst? Teleporter, okay. Oh, Gito. Gito. Oh, da war Heilkiste. Und weg. Sour. Er safet sich einfach. Ja, das ist meine einzige Chance noch irgendwie vielleicht eine Runde zu überleben. Ich hab nur noch diese 13 HP. Wir müssen uns einfach auf den guten Lord hier konzentrieren. Das mach ich jetzt einfach mal ganz einfach. Das hört sich irgendwie lustig an. Einfach mal ganz einfach. Und... Go for it. Hä, wo ist es? Achso. Oh no. Okay, das geht da. Bon, tschüss. Atombombe. Ja, leider nicht. Das wär cool. So eine Nuke. Es gibt eine Laserbombe, die ist übel. Die ist heftig. Äh, Laser. Und jetzt? Äh, dass man ein PC-Setup noch nicht ganz... Wieso? Läuft nicht richtig was kaputt? Oder was geht nicht? Oh, das Glück. Nein. Arschloch. Der hat zwei Schüsse raus. Also der... Mein Wurm ist Death. Der ist tot. Ja. Und jetzt meine Rakete auch noch. Das ist extra bitter. Übel, übel, übel. Wer macht die Runde jetzt? Eins gegen zwei, gegen drei. Okay, OBS bin ich ganz... Naja, da muss man ein bisschen rumfummeln, dass es geht. War so klar. Das war so klar. Das war dein letzter Tag. Ich will ja nichts sagen, aber ihr solltet lieber auf den Grünen gehen. Oder auf den Schweizer. Ja, ja, ich bin neu hier. Äh, du kannst Luftangriff hinten auf den Grünen hauen. Nein, mach's sauer weg. Oder stell dich unter den Steinrändern, damit du selber nicht so schnell angreifbar bist. Und dann kannst du einen Luftangriff irgendwo hinten... Ich muss nicht wieder die Hände, äh, die... Ja, genau. So, Luftangriff, rechte Maustaste. Das ist die rote, genau. Ich hab jetzt... Ich hab jetzt verstanden. Luftangriff, feuchte Maustaste. Warte mal ganz kurz, warte mal. Und jetzt auf Tabulator drücken. Da kannst du die Richtung ändern, von welcher Seite die Granaten reinfallen. Genau. So, das schaut nicht so schlecht aus. Ja, nice. GG. Aber die haben früher Oma mehr an Scheiß gemacht, würde ich sagen. Ja. Allgemein ist der Schaden ein bisschen herabgesetzt worden. Was ja nicht allzu schlecht ist. Hat er noch nicht genug gehabt. Schweizer legt nur gleich eine... Kleine nachlegen. Ja, natürlich. Dann hat jeder noch einen wohnen, oder? Nee. Nur noch ihr. Nee, er hatte doch rechts noch einen, der Lord. Ja. Ja. Ja, Lord hat einen. Gelb hat einen. Ich weiß nicht, ob du da... Ich weiß nicht, ob du da... Ja, doch. Du wirst wahrscheinlich schon rauskommen. Ich weiß es aber nicht. Super Char... Oder Luftangriff auf... Keine Ahnung. Ganz rechts ist noch einer. Ganz rechts ist noch einer. Und noch so kleine Keine einstellen. Ja, das kommt mit dazu. Oh, das war... Das hilft... Ich glaube, der kommt nicht runter, oder? Ach, doch. Doch. Boah, sehr geil. Wo ist er den Punkt? GG. Der war sehr nice. Idealgebot. Mit der war... Perspekt. Und wir sind noch ganz allein. Du kannst auch rauszoomen, wenn es dir hilft. Ja, gut. Zu tief. Glaube ich. Nee, der hat versucht, auf den Genester zu ziehen. Nee, nee. Der versucht euch beide hier. zu prägen. Der Schwein. Der macht das nicht schlecht. Ach so, die fallen. Nein, das ist nicht da. Schau, ob du jetzt nach unten noch ziehen kannst. Ach, schade, ist zu spät. Nee, der macht das schon mal. Fall ist wieder rein. Okay, das wusste ich nicht, dass der... Der ist so voll Penisfix hier. Na guck doch. Aber diesmal hängen wenigstens unten noch zwei... Diesmal sieht es halt wirklich nicht so aus. Richtig. Diesmal sieht es halt wirklich so aus. Das Schweizer... Ein Halbkreis, rechts daneben zwei Halbkreise. Von Du sitzt genau in der Mitte, der Wurm. Na, Schweizer, fühlst dich wohl. Äh, natürlich. Das ist das spezielle Käse für unten rum. Die Runde geht noch zweieinhalb Minuten. Ein bisschen Beeilung, bitte. Okay. Du kannst eine Lenkraketen, du kannst eine Lenkraketen nehmen. Wenn du jetzt mit der, wenn du die Lenkraketen... Oder die Heilige Granate unterschmeißt. Ja, das schaffst du nicht, glaube ich. Die muss wenn du auf Sauer rüberschicken. Hau die Heilige rüber auf Sauer. Ja, aber dann haut er sich selber auch raus. Nee, die ist nicht so riesig. So riesig ist die hier leider nicht. Das ist zu hoch. Nein, nein, weiter runter. Oh, das war doppelt rauf. Nein, 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 nein. Das war schon richtig. Rauf, rauf. Oh, oh. Ja, was ist das? Oh, was ist das? Gute Nacht. Das war's mit der Creme. Ja, das war's mit dem ich in dieser Situation brauchte. Oh, ja, die Teile. Joa. Wieso explodiert der jetzt noch? Das machen die immer. Alle Würmer, die sterben und nicht versenkt werden, sprengen sich selber in die Luft. Ja, von uns hat sie geschossen. Joa. Okay, alles klar. Ach, nicht schon wieder. Boah. Ich bin mal ganz kurz AFK nebenher. Joa. Joa. Zweizer, klein Zweizer. Ne Homing Missile. Oh. Auf den, genau auf den Käsewurm würde ich den schmeißen. Oh, holy shit, ich hab gerade Lett hast du gedrückt. Oh, zum Glück ist nichts passiert. Kommt die so weit? Doch, auf den Plotter rechts, der kommt da locker so weit, oder? Ah, ja. Sollen wir uns noch umziehen? Würde ich jetzt mit rei... Oh. Oh, voll, Idiot. Gerade wollte ich sagen, würde ich jetzt mit relativ viel Power rausballern. Was macht er? Irrt drückt. Lässt er aus dem Rohr raus. Okay, Schweizer, kann man machen. Was soll, ist der Fehler? Länger drücken müssen wir was. Ja. Länger lehrt, dass er drücken. Boah, er hat eine Banane. Wieso hat eigentlich er eine und meine gegen mich? Sauerei. Boah, die ist so geil. Oh, oh. Oh, die hat so gut geklappt. Ja. Nein. Schweizer ist einfach noch down. Oh, der lebt noch. Nein. Aber gerade so. Aber gut gemacht. Das ist ja richtig knappe Spiel. Fast gleiche Punktzahl. Oh, 24 Sekunden. Was muss jetzt reißen? Wir haben jetzt Luftangriff, da kriegst du ihn. Jetzt ist er nicht verdeckt. Kein Luftangriff, oder? Nee, er ist kein mehr. Kein Luftangriff mehr. Aber die Lenkrakete hast du. Schnell, 28 Sekunden. Aber Lenkrakete hast du. Mach die Lenkrakete. Ich spielst du? Rechts oben, ganz rechts oben. Ganz oben. Ganz oben, rechts. Jetzt auf ihn draufziehen. Sorry, dass ich da jetzt helfe, aber... Wo, wo, wo? Da, genau. Und einfach... Einmal drücken jetzt mit der linken Maustaste. Aber... Du hättest nach oben ziehen. Ah, das wird nicht. Das ist hochziehen. Hättest hochziehen müssen, ne? Oh, ich hab extra gesagt, extra hoch. Ja. Ja. Aber so wäre es gegangen, auf jeden Fall. Wieso muss ich ihn anvisieren und dann nochmal... Ja, weil du direkt gegen den Erdtügel vor dir geschossen hast. Nein, nein. Wieso muss ich ihn anvisieren, wenn ich dann doch nochmal die Höhe irgendwo... Naja, du hast ein Ziehvisier. Und dann musst du sie aus deiner... Du kannst sie aus einer Höhle rausschießen. Und dann kann es sein, dass du eben... Äh... Die Höhle irgendwo triffst. Du musst aus der Höhle sie rausbefördern. Und dann geht der automatische Suchmodus los. Okay. Das ist wie eine Sightwiner im Prinzip. Das ist wahrscheinlich die Sightwiner-Spiel nicht wirklich weitergespielt. Hey, lol, ich bin Flieger. Schau an. Woher weiß er es? Von wo wohl? Interessant, interessant. War das jetzt wirklich bloß eine halbe Stunde? Ja. Wie gefressen, ja. Zugzeit können wir dann runter machen, denke ich mal. Ja, mach die Zugzeit mal auf... Keine Ahnung. 60. Ein bisschen bewegen sollst du dich dann verabschieden. Oh, ja. Alles klar. Ja, dann cool, dass du mit beim Test vorbei warst. Äh, dabei warst. Sehr nice. Das hat mich interessiert. Ja, cool. Ähm, welche, Fabio, was du mich hast? Ist ganz einfach. Das war, wie das Violett. Jo, let's okay. Und dann kann man Geld mit raus, weil... Gehst du auch Sinn? Ja. Dann schön ab. Ja, schon wieder. Dann probleme ich den Abend euch, dann... Tschau. Tschaui. Mach's gut, gute Nacht. Komm ich jetzt hier aus dem Spiel eigentlich raus? Äh... Moment. Ach so, danke. Äh, ich kann nicht rauswerfen. Ciao. Wunderbar. Steff. Ähm... Ja, machen wir noch eine Runde, oder? Ja, klar. Ja. Alle euer Farbe merken. Ja, hat's ja nichts verändert. Farbe trotzdem merken, bitte. Weil ich kann das nicht. Der Chux ist immer noch auf Toilette. Der hat sich verpiest. Ach, scheiße. Warum vergessen wir ihn mal, wenn er weg ist? Na gut. Na ja, das ist er schon mal nicht. Ey, Plotter, man, überlebt in der letzten Runde. Jo, Plotter wird es nicht mehr überleben. Mach's gut. Oh, wei, oh, wei, oh, wei. Das ging aber schnell. Das gibt Krieg. Oh, oh. Oh, scheiße. Oh, nein. Da wird siebfähig. Okay. Da, 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 da. Shit, sorry, ich wollte die Marsch nicht bewegen. Ach, warte mal, warte mal, ganz kurz, ich muss mal kurz aus dem Bildschirm rauszoomen. Eine Sekunde. Jetzt auch. Geht's jetzt? Ja, ja. Passt. Ich bin so froh, hört ihr meine Musik nicht? Besser ist das. Ich schwörs. Oh. Leute, nicht ernst nehmen, ja? Arschloch. Sommer, Zipfelklatscher sind gleich beieinander. Ich weiß nicht, wovon du redest. Dein Ernst? Oh. Ja, ja, gut gemacht. Gut gemacht. Sogar mehr Leben abgezogen als ein Purple. Oh. Purple light, purple light. Ihr seid schon da, der Toxie. Komisch, weil Pauli ging jetzt der Play auch nicht, gell? Ich probier'n's. Momentan, da schneid's in der Schweiz, in der Schweiz, in der Schweiz. Christian, schnauze. Denn sie sind vor'n besonderen Reiz in der Schweiz, in der Schweiz, in der Schweiz, in der Schweiz. Was laberst du? Was hast du überhaupt gelernt, Alter? Was laberst du? In Ametal, 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 Ametal. Mach das. Äh, Chux, du bist frei dran, gell? Der ist immer noch weg. Achso. Darum sing ich ja grad. Soll's Web-Unterbrechung. Achso. Soll's, du schießt mir jetzt auf Glatscher drauf und dann... Ja, wir können das ja auch anders machen. Arschloch. Du hast gewonnen, Andy, ah, okay, passt. Kannst du auch einfach so machen. Wunderschön. Hat jetzt drei Sekunden gebracht, aber okay. Passt. Yes, sir. So, Mr. Boogie ist mit am Start. Auf Jules. Naja, auf Xom würde ich sagen. Der steht doch da ganz praktisch. Äh, und Fertigung. Was können wir uns denn hier schönes... Äh, ein Schafwerfer? Ach, komm, mach mal ein Schafwerfer. Lul. Wo ist der? Ach, hier unten. So, und dann würde ich vorschlagen... Äh, wird sich doch echt gut anbieten... Die Bazooka. Kommt ja gleich da runter. Ja, ich warte drauf. Nein! Oh, hier ist doch ein Knopf. Oh, ich stehe das im Knopf. Ich hab ein neues Ziel. Also, kann kriegen wir mit uns? Nee, wir gehen zu den roten. Was? Wieso das denn? Weil du rot bist. Ich verstehe nicht, was du meinst. Du meinst, wie ihr bei rot saßt ist, oder was? Das glaube ich nicht. Oh, wie rote sind wir. Hola! Hola! Oh, ist noch ich PNU. Ja, irgendwie schon. Ich überlege gerade. Ja, geht Roboter. Und dann... Hallo! Ach, komm. Bis jetzt da rüberhüpfen. Finde ich eine gute Idee. Nein. Alter. Ach du Scheiß, Mann. Okay. Okay. Das war lock. 50? Boah. Hm. Krass. Okay. Willst du das auch gut befreundet? Nicht mehr. Ach stimmt, Paul. Ich hab's erst jetzt gesehen. Sorry. Hab ich verwechselt. Auf die Nase fliehe er. Das kann natürlich sein. Oh, fuck. Oh, fuck. Okay. Scheiße. Okay. Ich würd sagen... Ja. Kann man machen. Muss man aber nicht. Ja, ich bin wieder da. Da bist du direkt da rein. Du hast eigentlich nur einen Zug jetzt verpasst. Und dein Sauer ist dran. Ist mir damals schlafen. Du hast doch keine Punkte verloren bis jetzt. Okay. Fitter. Fitter. Grün ist schon gut gebeutet. Von daher würd ich das lassen. Ich würd auf den Käse spanischen gehen. Einmal weggeschossen. Äh. In einer Survival-Situation, du musst weiter gehen. Na, komm. Geh weg. Oh nein, der habe jetzt sieb viel. Äh, warte mal. Sorry. Ich muss kurz mit der Maus aus. Jetzt auch. Sorry. Dankeschön. Larga te. Ja, mach Chester. Ja, also. Nee, Jules. Jules. Was? Wie sie halt beide nebeneinander stehen. Ja, der eine ist hochgeschossen worden. Welche Jules meistern ist, Schweizer? Ja, der Rote. Der Jules-Rote. Ich hab'n Schafwerfer, okay? Also will ich mal aufpassen an deiner Stelle. Nee, nee, scheiße. Ich hab' keine Ahnung, was der kann, aber ich glaub' an der Stelle ist der nicht richtig einzusetzen. Deswegen geh' ich jetzt auf. Was mach' ich denn am liebsten? Ach komm. Zwei in drei Sekunden. Ja, komm, scheiß' der Hund drauf. Schluch. Schluch. Oh, nicht ganz so weit. Ah, okay. Hat mich selber auch noch was. Ja, gut. Oh no! Was war das denn? Die Mine, oder was? Das Verschiedengewehr. Ach, scheiße. Ach, scheiße. Se acerca, Elbeidio. Vamos. Vamos. Let's. A la playa. Ah. Even if no one else says it, I think you're special. Haloo. Even if no one else says it, I think you're special. ich habe eine idee der städte scheiße der war nicht schlecht jetzt bin ich gespannt vor 40 ist ist gut 40 ist wirklich gut ich würde an der stelle ein stück nach ich würde am besten nach rechts gehen einfach um sicher zu gehen gemein wäre es gewesen wenn er das spiel noch nicht kennt und du sagst du weißt du was ja zweimal auf die rück auf die löschen taste floh mein lieber vielen lieben dank für deinen resub sechser monat halbes jahr schon sehr sehr geil vielen dank und alles gute nachträglich harry potter was ist das muss du dir anschauen floh musst du dir unbedingt und danke dir noch mal selber nein nicht du ein weihnachtsbaum aha dass der erste der von dir nicht der der nicht im wasser gelandet ist oder wie ist das scheint so ja weiterhin viel spaß mit denen mit den emotes floh jetzt chucks wenn ich hier denn was das sind ein scharf schütze probiert immer aus der vor dir e auf e muss drücken ja aber ich weiß aber ich weiß nicht wohin ich damit da rechts der der soul auf denen würde ich da kannst du ja schön ziehen auf dem fondue ist echt eine gute idee na komm ja der fondue hat eh noch viel mehr leben wie ich war fertig ich probier es mal aus das war alles der war da nicht getroffen der war zu hoch ein kleines stück scheinbar ja aber von aber hast du mal gesehen wie stark der wind war hast du mit berechnet ich war direkt auf den kopf drauf musst auch langsam mal pennen im moment nicht alte alles klar floh er ist eh ist eh schon sehr spät für deine zeit und daher gute nacht lauf gut und das loch ist genau da entstanden und das ding hingezeigt hat okay ich glaube der fritter der ist fällig danke und ich habe die dinger noch eingesammelt ich habe sie eingesammelt echt verdammt echt wirklich ich dachte ich habe gesagt dass er sie eingesammelt hat mit dem schaf ich dachte auch schlaf gut so gute nacht vielleicht bis morgen wenn du bock hast community saturday du weißt bescheid den roger ich finde der roger der steht gefährlichen an der klippe ich glaube den sollst du mal helfen nein suite der ist viel stärker als alle anderen nutze info ich wünsche dir einen guten früger du bist echt ein zipfi klatscher schweizer warum ja weil du ein klatscher bist siehst du doch warum gehe ich alle auf mich aus den krieg angekündigt du hast du es verdient das gibt krieg wir sollten wirklich mal auf den hellblauen gehen leute auf den chucks der hat nämlich ich glaube bisher noch gar nichts gemacht doppelt so viel ich glaube ich habe das eingesammelt weil sonst hätte ich mehr punkte noch du kannst auch eine leiter über dich ach so du du kennst das spiel ja das ist eine gute idee also die zwei löcher sehen eher aus wie hupen könnte sein nein nein doch sein rasenmäher macht den schweizer da drüben fertig ich wollte eigentlich ich ahne böses glück 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 gl da kommt es nicht hoch doch shit mein plan geht nicht auf ja dann müssen wir halt die nehmen i am boogie 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 probierens oh jetzt war gerade ein leichtes leck wunderbar also ich will nichts sagen aber wir müssen mal gegen den hellblauen vorgehen kannst du in den panzer auch einsteigen schweizer was bringt du mir dass du weg aus dem loch rauskommst du wolltest aus dem loch raus oder nicht du checkst es nicht dass du da nicht zwischen speichern zwischen springen kannst oder tankstelle ist kein land wo du drauf kannst hat er sich vom 3d effekt blenden lassen bunker bombe oder oder die versuchts da ganz gerade du musst eigentlich leicht nach rechts rüber da musst du noch ein stück weiter links möglichst weit links und dann nicht gerade nach oben weil das wird dann nichts du musst dir wirklich nach rechts ein leichtes stück schießen und damit vollgas weiter runter weiter runter weiter runter und jetzt vollgas achtung feuer 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 hast du ein glück gehabt na gut immerhin hast du ein glück eine sekunde oder sowas ein glück oha ok ja gut das war dann schon rentabel alter wenn jetzt der heli auch noch explodiert wäre ja das ist ja schön gewesen das ist ja gut gewesen der heli der heli wie sie geissens immer so schön sagen der heli robert robert mit carmen mensch carmen robert robert oh schon mal ein geschenk unter dem weihnachtsbaum oah 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 der fondue steht echt mega da aber pass auf du hast wieder vor dir was naja so du musst drauf drücken genau dann kannst du aussehen boah der ist auch gut der dämonenschlag kennst du den schon nein den kann ich noch nicht der ist gut ist auch sehr schick mit 1 bis 5 kannst du dir die Zeit festlegen das weißt du ja das weiß ich ich überleg nur gerade wie ich fest ok wunderbar find ich irgendwie wie viel 1 was ist 1 bis 5 da kannst du die Zeit festlegen in Sekunden bis wann die Granate explodiert genau weil gerade bei der die kannst du geradeaus nach oben mit einer Sekunde und dann sprengt es in der Luft auseinander hast du natürlich einen größeren flächendeckenden Radius was hilft was du verwenden kannst lass klatsch in Ruhe da klatscht es der hat vorne eine runter geschmissen genau so genau so oh no oh klatsch es ich glaube schweizer jetzt kriegst du den Backpfeifen oh klatsch mich das ist die Retourkutsche er wünscht er könnte schwimmen der Käse schwimmt eigentlich immer oben gell dann ist noch ein schlechter Käse wenn er nicht mehr schwimmt echt ne keine Ahnung das ist wie beim Ei oder das prüfst du auch immer so weit schwimmen anfängt nur umgekehrt ja ja ich würde jetzt gerne gegen dich vorgehen schweizer aber das bringt nichts unser größter Feind ist momentan der gute Chucks hm hm oh ich würde gerne eine Megabombe bauen was fehlt mir da warum geht das nicht es fehlen Zinkern es fehlen Zinkern ach scheiße und wo ist der drinnen schweizer ich habe es nicht mehr zeitlich anders hingekriegt ach scheiße okay nur meinetwegen ja moin ja äh shit ich habe es zeitlich jetzt nicht anders hingekriegt fuck ich bin aus dem Menü nicht rausgekommen shit ich war immer noch im Fertigungsmenü als ich die Waffe ausgewählt habe oh noo Sache ach der kommt eh hoch der kann unglaublich weit springen rückkehrt vielleicht auch der von der Mineangst rückkehrt vielleicht auch der von der Mineangst ich habe vor der Mineangst springt auch oh mein Gott lebrige Eselspaste holt er da raus he vielleicht nur eine Rückkehrzeit du schweizer ne geht bei dem ja nicht ach so alter er kommt halt echt hin ich würde weiter legt er muss okay und abflug nicht schlecht nice nice holy was soll das heißen permaband für dich unfähig ja raus aus den melonen was war das ich habe nicht gesehen dynamit oder so 20 sekunden was los bombenteppich ist das was ist das macht das mal luftangriff an dem wohnwerfer fertig er will sich selbst umbringen zu ihm runter katapultieren damit aber erst gehabt alles gut paulo alles gut dann wollen wir einfach zusammen den euro raus was mich was hast du eine heilige granate hast du ich würde dir auf den spicy runter schmeißen da der unten der tanzt da schon so doof das ist doch jetzt der loch da weg das weiß ich auch zu fühlen sagen wir mal ob das klappt nein ich kann es ab nicht okay schade ich wollte eigentlich noch über ihn drüber ich würde sagen schockenlott ein völlig neuer zug lotti lassen wir mal drinnen hier ich könnte rausnehmen ich weiß aber der zipfinese da drüben der kommt nicht hoch oder na wurscht ach komm was soll was soll der geil und jetzt aus versehen zu kurz werfen bitte er hat sich eine halbe sekunde kurz drauf ich versuche das gleiche wie du machst da haltiger hat granaten weitwurf fünf sekunden hier nein Ah, unfähig, unfähig! Ja, Pauli, hau raus, unfähig. 200 Puls hab ich! 200 Puls hab ich! Oh je, wie geil. Verdammte Axt. So kann man sich natürlich auch selbst dezimieren. Ah. Schweinerei. Ah ok, meinetwegen. Demizimieren? Wie war Windrichtung ändern? Die Wurfrichtung mit Tab. Tabulatore. Unfähig, unfähig! Ja, Schande war ein Haupt, ich muss zugeben. Hm, schade. Ah, wobei, vielleicht? Ne, doch, nicht schade. Ok. Bad Intentions. Ah, Luft. Ah, nice. Den Mondschlag, der ist sehr cool. Ja, you can always add more, but you can't take it away. Ist aber auch mit Tab die Wurfrichtung dann drin. Hm. So, wollen wir mal gucken. Oh, da hinten ist noch einer mit 100. Den kriegen wir eh nicht weg. Ach nee, links ist auch noch einer mit 100. Wo? Ach ja. Dein. 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 Wage ist nicht. Lass racken in Ruhe. Das ist mein Diebling. Arschloch. Oh, shit. Brenn, mein lieber, Brenn. Kommst in die Hölle, Schweizer, das weißt du schon? Ja, das ist nix neues. Oh, 65. Immerhin. 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 Chucks ist halt eine komplette Runde zurück, gell? Was den Schaden betrifft. Hm. Ich bin zurückgeblieben. Hey, keine Witz über zurückgeblieben, ne? Hast du jetzt gesagt. Du solltest nicht immer gegen mich schießen. Boah. Auf jeden müssen wir doch schießen. Glückstreffer. Ganz rechts steht eine mit 100%, auf den musst du die draufgehen. Ja, ganz rechts. Nein, nicht der. Der kann nix dafür. Der war schon immer so. Das ist unfair. Ich leb da hinten mit meinem Baum. Das ist mein Baum, lass ihn in Ruhe. Da steht mein Name drauf. Jetzt nicht mehr. Boah. Verdammt. Jetzt hat sich der Wind überhaupt nicht so ausgewirkt, wie ich gehofft habe. Da wirkt sich kein Wind aus. Nervt die Bomben nicht. Na super. Na ja, gut. Was haben wir denn jetzt Schönes? Na ja, viel Auswahl habe ich jetzt eigentlich nicht mehr. Herrgott. Was bringt mir das? Wo kann ich denn so eine blöde Träne bekommen? Achso, vielleicht wenn ich das Ding hier zerleg. Herrgott, immer die falsche Taste. Auch nicht. Dann machen wir das mal so. Vielleicht auch nur in Kisten, keine Ahnung. Das kann gut sein, ja. Ja. Das wird wieder spannend. Fünf. Fünf. Nein. Fake. 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 Unfähig. Unfähig. Wir lenken ab. Einmal ein Raffle in den Chat. Einmal ausrufen. Join. Nein. Marschloch. Join. Nicht boin. Join. Boin. Oh oh. Ach komm! Der ist überlebt. warum meinst du warum ich mich unter dieses holz ding darunter gestellt habe ich habe gewonnen das ding kann das rolle um das natürlich sehr gut abgelehnt das hätte gut gehen können nein 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 das war die perfekte vorbereitung raus aus dem ding und vor allem das ding ja genau töte ihn weiter kann es sein dass dein käse gerade da raus gefallen ist hatte gerade raus geholt ja ich glaube nicht nur käse ist da rausgefahren oh hast du in eine hose gemacht mit der nicht angezogenen wo wir gehen weiß es nicht dass wir einen bombentepp hier so was drauf legen man weiß es nicht ach mit der ja der robot explodiert eh achso ja ok ok das ist eine sau voll bin ich da damit bin ich nicht einverstanden mein lieber ich auch nicht also einen guten flug ja du musst mit der maus dann ja irgendwie bin ich aus versehen ja alles gut abgelehnt du total paul ja ja du lach mal nur arschloch was soll ich denn da jetzt moment was tun wir ich habe nicht mehr so viel auswahl dann machen wir das doch relativ unspektakulär und zack rache ist süß ja ok fuck nein shit ok da ist mein zug vorbei fuck mir ist es gerade eben erst gekommen ich idiot naja wurscht ach rache lebt noch na toll ja du kannst du ändern einfach dynamitschein vor dir und gut ist oh du hast eine bananenbombe wie sagst du eigentlich schon wieder eine banane ja wer weiß wer weiß nein dein ernst nein jetzt geht es los sagt der faule ja käse zu dir hinter komm ich nicht ich habe kein huming missel ich habe kein flug ding mehr also derjenige der einen flug hat muss den käse da hinten fertig machen nein nein mach doch den fertig dann explodiert das ja das bringt mich viel wie gesagt rache da kommt man sonst nicht mehr hin keine chance das wird aber auch nicht funktioniert nicht muss nimm die luft ab ok ich bin gespannt ich glaube nicht dass es geht er wird an der insel zerstellen glaube ich auch nicht ja schade schweizer schade ja mega schade voll das ist unglaublich schade für dich finde ich echt so enttäuschend voll und leertasse die bananenbombe einfach geradeaus am einfachsten alte vier wieso kann ich jetzt nicht mehr jetzt kann ich nicht mehr bewegen jetzt kann ich nicht mal gucken ob das funktioniert du musst weiter vorgehen du müsstest da geradeaus hoch ja genau jetzt geradeaus nach oben oder sogar leicht nach links das könnte hinhauen ja ja schön aber ist glaube ich nur 30 oder so ach 43 sogar alter nice ui 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 das war zu viel für raclette das war wirklich so viel für raclette oh rip in peace was rest in peace in peace was haben wir eine freundin geschickt zu rip in peace echt benutze sie immer als witz rest in peace in peace genau oh nein jetzt bin ich draußen dankeschön was mache ich jetzt oh was sehe ich was sieht denn mein mein lüsterndes auge da siehst du mich ich sehe meine entzündeten augen da das könnte dieser herr mann bade sein das geht ja 3 2 1 hi boah lecku mir und ich bin auch tot shit aber das hat was war das denn für ein ding das ist eine bananenbombe pass auf ist das auch noch weg ich bin tot aber das war es wert und der robot das auch noch kaputt hahaha jetzt nochmal zugucken die ist brutal die bananenbombe ist die ist brutal die verteilt sich wie eine wie so eine wie so eine clusterbomb übel die ganze insel fehlt so wir besuchen heute diese insel welche insel ja ja unfähig das war nicht unfähig das war äh geplant natürlich kamikaze jetzt bin ich gespannt wie ein bettlacken oha das ist natürlich gut jetzt nimmt er mir einfach meine heilung weg warum sind die wir manchmal karen aus wie wer wie eine karen ja gute frage hättest auch gesagt pauli ja so ach komm jetzt muss die leertaste leertaste und jetzt mit wstf und da drück leertaste ok aber ich muss ich muss drauf bleiben nein einmal leertaste drück halt endlich so drück vor ah ok er wird die aggressiv nein aber seine zeit läuft ab und die fehlt ihm dann ist der Hund ist der Hund ja nein nein doch damit beendet das und damit gewinnt er der hat eh noch nen Wurm ja komm eben übrigens leute ich hab euch vergessen zu sagen wir müssen die insel in dem zustand zurückgeben in dem wir sie vorgefunden haben oh scheiße ok wir tun aber so als gäbe es die insel nie hat es nie gegeben kennen wir nicht die war ja so oder die insel ja du bist jetzt schaut mal wie viel land die einfach wegnimmt die ist einfach heftig wie viel hat die jetzt abgezogen sechs 236 236 das ist einfach die ist einfach und noch was dahinter ja das war ja nur von einem Wurm 236 ja bei dem anderen weiß ich ich kann man nicht lesen ja Chucks hat gewonnen aber zwar nur knapp mit 14 oder sowas was dein Wurm hatte aber immerhin oh ich hab grad bei bei dir Schweizer fahrzeug wie Sama gerade gelesen das bin ich da geil alle zusammen mit Fahrzeugtrenner ja nice und schau mal der der Grün ist so gierig ja aber ich will jetzt aussteigen tatsächlich na gut dann würde ich sagen probieren wir das morgen nochmal wenn ihr Lust habt gerne also ich mir taugts mega ja das macht echt Spaß auf jeden Fall und ähm wie gesagt wenn ihr das selber habt dann bekommt ihr auch noch irgendwie Zusätze wenn ihr das spielt also ihr kriegt so Bonuspunkte und ich weiß nicht genau was man dann dazu bekommt irgendwelche Belohnungen sind dann das das das